Junge, wie machst denn du das? Tja, Sven, entweder mal ganz oder mal ganz nicht. Ich meine, zwischen uns 70 Jahren nur mal ein kleines Geisteschen feller. Versteh ich nicht. Genau das mein ich. So, guck hier, da ist es. M.S.H. Ach, Mansfeld Südharz. Nicht umsonst bist du Weltkulturerbe. Bei uns findet man die Straße der Romantik. Der Romantik. Deutschlands schönstes Dorf und einen der denkwürdigsten Dialekte weltweit. Luther und Münzer zeigten schon unseren Eigensinn. Wir sind Europa- und Weltmeister in Disziplinen, die andere nicht mal kennen. Nice. Die Bergmanns-Vergangenheit haben wir hinter uns gelassen. Jetzt bricht für unsere Wirtschaft eine neue Zeit an. Unser Tatendrang und Eifer wird nur noch von unserer Gastfreundschaft übertroffen. Unseren Gästen bieten wir elf Museen, 13 Schlösser und null Wolkenkratzer. Außerdem jede Menge Fünf-Sterne-Entspannung. Und wer noch ein geiles Abenteuer sucht, nee, nicht das, was ihr schon wieder denkt, findet das Untertage. Und auch über Tage freuen wir uns an fruchtbarem Boden und rosigen Aussichten. Doch das Allerbeste am Landkreis Mansfeld-Südharz ist, wir sind mittendrin. Alter, was denn jetzt los? Was weiß ich, vielleicht ist das Internet alle. Ist das Internet alle? Sven, ich, das passiert überhaupt ja nicht. Ja, aber irgendwann muss es doch mal oder wird das jeden Abend aufgefüllt. Das Internet, ja, das wird jeden Abend wieder aufgefüllt, du hast recht, ne. Direkt nach dem Sandmann. Ach ja, wenn du dich nicht versagt, dann können wir vielleicht ein bisschen früher Feierabend machen, weißt du? Alter, guck mal auf die Uhr, es ist halb elf. Ja, aber es ist trotzdem extrem trockene Luft hier drin, ey. Ja, ja. Echt, das wird nach dem Sandmann wieder aufgefüllt. Ja, da macht er mit, so ja. Ey, das ist doch ein Hochstapler, ey. Ja, ich weiß. Zum Jahr hat doch 10.000 Kurzarbeit.